Du bist leidenschaftlicher Raubfischangler und hast schon einiges drauf, dann habe ich vielleicht was Interessantes für dich. Und zwar eine Frage. Hättest du Lust auf ein Event, bei dem du dich mit anderen leidenschaftlichen Raubfischanglern messen kannst und dabei noch einen richtig coolen Preis gewinnen kannst? Denn wir haben nämlich was vor, zusammen mit dem Fischmit.de Angelladen, mit meinem Angelladen, also MX Fishing Store, unterstützt von Asura Deutschland, haben wir nämlich vor, ein Raubfisch-Event in den Niederlanden zu starten. Und zwar soll das Ganze Ende September stattfinden. Das genauere Datum kommt noch und ich hätte einfach eine Frage, ob ihr Lust dazu hättet. Also einfach mal unter dieses Video kommentieren mit Plus oder mit Ja und dann will ich einfach mal schauen, ob ihr Lust dazu hättet. Was die Regeln angeht, wollen wir das Ganze so einfach wie möglich halten. Es werden vier Raubfische oder, sage ich mal, Fische, die man mit der Spinnrute fangen kann. Und zwar den Hecht, Zander und den Barsch und den Rapfen. Also diese vier Fischarten werden gewertet. Ein Punkt bedeutet ein Zentimeter Fisch. Also ein Zentimeter Fisch ist ein Punkt. Und die Fische werden gezählt ab einer bestimmten Mindestgröße. Und so könnt ihr zum Beispiel innerhalb von einem oder zwei Tagen, je nachdem wie wir das Event gestalten, schön Punkte sammeln in einer bestimmten, abgegrenzten Zone in den Niederlanden, damit das Ganze einfach nicht zu weit und nicht zu groß ausschweift. Und der Preis ist richtig heiß, Freunde. Denn wir wollen das Ganze so veranstalten, dass es auf dem Weltniveau funktioniert. Also so wie es in der ganzen Welt eigentlich ist. Es gibt nämlich nicht so viele Sachpreise. Oder wir wollen Sachpreise allgemein komplett abschaffen. Sondern es gibt einen finanziellen Preis. Also Geldpreise. Dieser Geldpreis für den ersten, zweiten, dritten Platz wird sich aus euren Teilnahmengebühren bilden. Und dann natürlich aufgeteilt auf die drei Plätze. Also wenn ihr Lust dazu habt, wie gesagt, kommentiert mit Ja oder mit Plus unter dieses Video. Und falls ihr als Supporter so ein Event unterstützen möchtet, also als ein Ladenbesitzer oder als Produktvertreter, dann schreibt mir gerne auch in die persönlichen Nachrichten. Dann werden wir die Kondition für diese Support-Anfrage natürlich besprechen. Wie gesagt, Freunde, kommentiert, liked dieses Video, falls es euch gefällt, falls ihr Interesse daran habt. Wir wollen nämlich ein komplett neues System an Events starten in den Niederlanden. Ich denke mal, das wird eine ganz interessante Geschichte sein. Wird ein lustiges und ein spannendes Event. Und in einem richtig schönen Land, wo es sehr viele schöne und große Raubfische gibt. Ich verabschiede mich. Danke für die Aufmerksamkeit. Vergisst nicht zu schreiben, was eure Meinung zu so einem Event ist und ob ihr teilnehmen möchtet.